wir müssen jetzt eigentlich geradeaus durch habe ich gelernt ja dies ist nicht so aber sie geht schon aber lustig weil es gibt stärkere spinnen du sollst dir mal heilen sonst geht denn kaputt bis jetzt zu viel leben schon wieder was die nun nicht gehalten im einkampf nicht so schon gekommen weil man magic kann es auch die anderen noch ein bisschen heilen zum beispiel mich weil ich kassier am meisten weil ich ganz oben steht stimmt das wird mir auch noch was wollte seine informationen informationen verlassen weil der monk also der betteltyp hat die eine kleineren verteidigung wie der weiß magier tatsächlich lauf das ist ein zombie er kann ich auch paralysieren das heißt du kannst du nicht mehr angreifen magic 248 mp mehr okay muss den einfach zu attackieren mit allem was geht er hat aber nicht so viel leben glaube ich aber er zieht viel ab ne komm ja kritisch der kampf ne und der schwarze wird sein zweifel das ist so typisch ich habe wieder ein level ab diesmal habe ich noch viel leben gekriegt habe ich scheiße ist ja und ich kriege intelligenz der kuh jetzt wahrscheinlich deutlich mehr leben ja schon sein und stamina habe ich gekriegt ist nicht so schlecht nee hat auch nur drei gekriegt also relativ gleich noch geblieben mp hat sie fünf auch nicht viel stamina also seht nur aus du hast auch nur drei leben stärke da du bist stärker gewonnen nicht schlecht du hast ein krass level abgekriegt 1 ok aber schon deutlich mehr level up ist jetzt nicht so gut gerade gelaufen aber kämpft schon mal gegen gehen weil ich glaube der kann jetzt nicht so klar dass die schwächeren zombies die sind nicht so stark der gut ist stärker hier die sind relativ schnell tot auch deswegen sind es auch 3 ich sag ja meine hat mir relativ hohe verteidigung deswegen sollte man ihn auch meistens oben hinstellen und deiner ist dafür dass du für dich herr reichsgattet deiner ist so stark das ist das was ihn ausmacht und da oben ist dann gerne ganz ganz nah hingehen wenn du nicht ansprichst in die ich will speichern je data saved drei speichern ja garland sie king will have no choice but to exchange the kingdom for his daughter's life sprich er soll das königreich ihm aushändigen dass die tochter überlebt cornelia ich weiß nicht was aber an kanon ist cornelia so cool findet ich bin cornelia ist keine große stadt also keine coole wo ist er die king slapdokst du ja hast eine idee wo jungen messing mit messen mit übermessing und ihr will er fängt hier an woher texten crosswords mit mir war wie war hei garland wohl nack u all da also er wird alle zerstören aber er ist eine coole gedauert kannst du mal die mit ihm nutzen zwei runden vielleicht ich hatte noch mal 200 hat sie gesagt jetzt kommt er wieder oder beim ersten mann hatte 54 beim ersten mal gemacht der total aggressiv der typ herrn gibt es aggressiv geht denn alles an das kann ich keine magie mehr mit ihm machen das ist schade ich glaube mal drauf wer darf ihn töten naja du bist der stärkste nicht auf ihn töten 32xp zauberflucht gilt ja ich hab erlaubt und 29er fehlen als stärker ist mehr das damit hat es nie die zwei wichtigsten werte von meinem lager sehr stark 3hp 5 mp stärke und lag 24 jetzt hab ich einfach mal sie überholt jetzt musst du dich höher stellen wahrscheinlich stärker hast du auch mehr und intelligence ist für zauberer ich nur wichtig auch damit aus nicht schlecht und lag auch ein link hat link hat jetzt läuft sie sogar überholt oder was drei hat sehr treibend ja link hat sie überholt hat das schwarz magier hat mehr leben wie der weiß magier es passiert selten und intelligenz ist wichtig für ihn ja es kommt wer genau das ist jetzt gleich so chaotisch warum hat der schwarz magier mehr leben ich habe ich habe die spüche noch durch gespielt und dass der schwarz magier mehr leben hat das ist ein das ist der einzige und letzte mal ich meine dass er jetzt tot ich habe aber gehört dass der rechtsnehmende könig der wahre ein bisschen Spaß muss doch sein wenn darkness wields the world for warriors of light so bestes englisch wasser hat mir if they cannot gather the shards of light darkness will consume all the four crystals will never shine again now i hear that a crystal can be found on the continent to our north restoring that to the crystal in our only hope is our only hope of reading the world of the monsters wich flag us flagged wo war der andere da war ich habe doch nicht in dir gelesen habe ich echt nicht ich habe doch nicht in dir gelesen habe ich echt nicht i will have the bridge to the north revolt as a promise ja du sicherlich ich bin ja schon im glück i pray that you all is gleich sehen dass es nicht erboot in restring light to the focus and to the boat so ab jetzt ist es für mich blind der 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 rind ist blind und ich kann es ganz schön ziemlich roman so weit just a moment wait fix ist ein item von hier this loop has been entrusted to the princess of conelion for many generations when here Abduck mich, wenn du dich entführt hast, hat er die Lute mitgenommen. Ich will dir, dass du es mit meinem A2 in der Joinn hast. Aber da sind keine Schätze, glaube ich. Aber später musst du ja noch zurückkehren, weil später gibt es hier wichtige Schätze. Da schau, jetzt von wegen, er baut die Brücke. Bis gleich sehen, es baut nicht her. Dank dem Pixel können sie nicht schwimmen, oder was? Du auch. Du auch. Was ist denn das von, äh, Houten Philippus an? Der spielt keine richtige Rolle. Den sieht man gar nicht mehr wirklich. Der hat ja auch keinen Namen gehabt. Naja, deswegen ja auch. Ja, weißt du, das hat... Ja, komm, komm, ist mit der Prophezeiung gelabert, Ragen sie richtig hat. Hey, komm, so eine Brücke bauen wir heute ein bisschen, muss nicht auf die Uhr schauen. Doch, weil wir noch eine halbe Stunde haben. Was muss das mit der Prophezei tun? Und, ich lass dich mal kurz. Die vier Kräuter der Lichter sind hier. Sie sind hier in Kanäen. Oh, das ist ja, ich muss schon sagen. Du, 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 du. Ich mach dabei mal ein bisschen Musik für alle. Ja. genau das habe ich ja auch gerne so muss ich kurz nachschauen tut mir leid wenn ich spiele bei gefahren hast du soweit also steuern weißt du ich werde schon mich irgendwie zurechtfinden okay ich bin mich gar nicht zurecht wir kommen als menü und so zeige menü hier also hier a b es select start steuerung links rechts also im menü halt wenn du zum beispiel equipment hast die man auf equipment da kannst du hier links rechts halt ach ja easy den schinken kann ich so ein bisschen leveln ja ich gehe oder ich gehe zum brücke weil jetzt kommt so eh so ein prolog da kannst du dabei chill weil jetzt kommt so ein dings lies vor du musst vorlesen vor der flöten flögel sagst du ja und da stehen die vier leute und so der quest begin so hat ihre quest umgefallen will as the four warriors of light they felt overwhelmed by the great task destiny had had placed before them they did not even know the true significance of the four the crystals that was long ago out the light i held a light that shone so brillanty well brillanty well brillant the time for the journey had come the time to cast off the wheel of darkness to bring the world once more into light so wieder diese schon wieder müssen sie immer wieder erleuchten die welt ist ein oder er auch wenn wir keinen boch haben ist er nur der erste teil davon wurde auch schon mal erleuchtet die welt gibt es nicht vorgeschnitten mehr gibt es nicht oder nicht dass ich wüsste vielleicht gibt es keiner aber ich wüsste von keiner jetzt wissen auch die leute was für ein spielspiel spiel 1 solche zwischen rüber latschen ich weiß nicht was haben wir für ein level 4 da werde ich noch ein level oder warte wie lange dauert es noch falsches menü status 86 punkte das dauert schon noch das sind fünf sechs kämpfe ja gehe ich erst mich heilen und gehe schon rüber der heilen wird vielleicht meine schlauidee weil die haben ja gar keine ja die gegner vielleicht ich habe 83 der schwarze marie ist 71 was denn da los gäh das hat der schwarze marie einfach so fucking viel leben aber du wirst ja bestimmt das leveln öfters dann offscreen machen oder ja weil ich halt mal zeit die steuerung läuft ja genauso wie bei meinem kontroller ist ja easy kann ich richtig durchrecken super auf verspittung verschmeißt man das geld weg ich verdiene ja wieder die kohle dazu ja ja in den kämpfen ja ja keine sorge ich verdiene wieder dazu ich freue weil sie ein bisschen schlafen durften na klar dass wir einsehlich auch dürfen bei mir hätte also ich bin schon seit 20 minuten ich habe wenn man übrigens auch andere an die position würden dann muss ich doch den auf der oberwelt ach so scheiße sie ja gar nicht bescheuert oder so hätte er sich doch fast jeder so aus so sieht sie aus ja gut dass ich aber wese da sind wenigstens die haare so komisch deine haare sind das ist doch nicht komisch bei deinem schaue schon den gangster ist der größte gangster niemand könnte meine intensität ich bin sinkt aber das weiß niemand der geheime typ so jetzt viel spaß wir beim stecken ist es nicht so schlimm ich jetzt eisgelt einfach oben steht im status müde hat der goldene hat der gelbe haare mit ihrer so braune goldene es kann das ist das ambush der zahlen das ist es ist kein braun der hat keine braune haare das sieht man jetzt auch in der aufnahme wie das nicht jetzt was ich riskiere es mal rüber zu gehen wenn wir jetzt gehen aber genau ich glaube da warte ich kann absprechen ja jetzt falls wir jetzt hier sterben soll hier gibt es schon durchaus starke gegner okay wo die vorhin ganz kurz im weißgang schon angegriffen die 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 das ist maximo maximum gegner scheinbar 6 oder wir es gibt mehr als neun oder so ist das maximale weil bisher habe ich halt nur die zwei reine gesehen ja es gibt noch eine dritte 40 gilt bisher haben wir glückt dass keine sophie gegner kommen und das ist richtig Naja der könnte sogar noch machbar sein, dank dir, weil du viel angreifst. Alle anderen so ein Scheiße. Boah, der hat die 26 abschälen, der hat mir auch. Ich hab genug Leben. Ich hab mich einfach so viel Leben. Es ist einfach so umfassbar wieviel Leben der Typ auf einmal hat. Ja. Weiß bei der JRPG seh übertrieben? Weiß bei der JRPG? 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 Da brauchst du für so viele Leben brauchst du zu... 30, 40 Level Up? Ja, da brauchst du das ganze Spiel dafür. Bei Luigi! Und der kriegt ja schon gutes Deaths. Außer bei mir. Ja, das ist so. Oh, der da stark der da unten. Boah, der Scheiß wollte ich auch. Der Walkwolf. Oh, aber ich hab den ganz schön verpasst. Mist. Sehr easy tot. Die sind gut. Der, der du, der du, der du, der du. Du, der du, der du, del du, du, den, du. Du, der, du, der, du, du. Weiß ich das jetzt wieder nachhelf. Aber so make ich die ganze Zeit diese Melodie mit. Ja. Genau. Deiner geht einfach recht am meisten auf mit der Stärke. es geht einfach 5 ab jetzt haben wir noch jetzt kommt was du hast hier leben ja gut stamina und sei jetzt war jetzt muss er aber hat wieder drei er ist mit der okay das ist wirklich sie hat nur drei leben schon wieder was menschen weiß man weiß magia los fünf mp agility und jetzt liegt es zu schön gewesen wenn er voll viel leben gekriegt hätte weil es jetzt doch an die überholt ich habe jetzt genau 100 leben glaube ich ja genau 100 alles kann der setzte was da weiß man hat mehr sara ja ich war was